Herzlich Willkommen zu unserem neuen Webinar Hochverfügbare Lizenzierung, Lizenzerzeugung, die Technik und die Anwenderseite. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten unserer Kunden rund um Software-Schutz, Lizenzierung und Security, sodass Sie vom perfekten Schutz profitieren. Unsere heutigen Referenten sind Wolfgang Völker, Leiter Produktmanagement und Support von der Vibus Systems AG und Daniel Züchner, Support und Consulting von der Vibus Systems AG. Wolfgang Völker ist seit 2002 bei Vibus Systems tätig und leitet die Bereiche Produktmanagement und Support. Durch seine umfangreichen Consulting-Tätigkeiten verfügt er über Kenntnisse in vielen Programmiersprachen und Entwicklungsumgebungen wie zum Beispiel C++, Java oder C Sharp. Die Kunden unterstützt er mit seiner langjährigen Praxiserfahrung rund um Codemeter, der Komplettlösung zu Schutz, Lizenzierung und Security. Nach seiner Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration bei einem etablierten Anbieter für Online-Spiele wechselte Daniel Züchner zu Vibus Systems. Dort ist er seit 2014 im technischen Support tätig und unterstützt unsere Kunden im Umfeld des Lizenzierungssystems Codemeter. Einer seiner Schwerpunkte liegt in der Beantwortung von Fragen um die Codemeter-License-Centre. Hier unterstützt er sowohl Kunden, die das System selbst betreiben, als auch im Rahmen der Vibus Systems Operating Services Kunden, die den Betrieb der Codemeter-License-Centre an Vibus Systems übertragen haben. Heute geht es um die Vibus Operating Services, die bei Vibus Systems gehosteten Codemeter-License-Centre betreiben. Von der kostengünstigen Data-Center-Edition bis zur High-Performance und High-Avitability-Angebote. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Ihr Mikrofon ist stumm geschaltet. Sie können jederzeit Ihre Fragen per Live-Chat stellen. Am Ende des Webinars beantworten wir diese Frage. Nun geht es los. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Züchner. Ich bin Teil des Teams Vibus Operating Services und ich begrüße Sie zum heutigen Webinar Hochverfügbare Lizenzerzeugung. Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Wolfgang Vöcker und Sie kennen Vibus Systems vermutlich als Anbieter von Schutz und Lizenzierung und Sicherheit. Aber die andere Facette, dass wir eben auch die Applikationen rund um die Lizenzverteilung hier bei uns hosten, ist vielleicht für Sie noch nicht so bekannt. Und um das Thema wollen wir uns heute hier kümmern, um das Hosting der Codemeter License Central im Rahmen des Vibus Operating Services. Zunächst wollen wir uns einmal einen kleinen Überblick verschaffen, was denn nun so eine License Central leistet, egal wo sie steht, was sind die Anforderungen an eine Codemeter License Central. Betrachten wir zunächst mal den Prozess, wenn wir also die Codemeter License Central haben, die für den Verkauf und für die Verteilung von einer Lizenzen zuständig ist. Dann beginnt das damit, dass Sie als Softwarehersteller einen Artikel verkaufen möchten und das eben an der License Central entsprechend erfassen. Sie erhalten dafür ein Ticket, einen Gutscheincode, den Ihr Anwender danach bekommt, zusammen mit der Rechnung oder per E-Mail, wie auch immer, der dahin kommt, direkt als Anzeige im Online-Shop, was auch immer. Und mit diesem Ticket kann der User seine Lizenz an der Codemeter License Central aktivieren und kann dann loslegen mit ihrer Applikation, mit dem neuen nachgekauften Feature. So sieht also der Prozess aus und da gibt es auch automatisierte Schnittstellen dazu, insbesondere für die Verkaufssysteme auf der linken Seite quasi. Wir haben also grundsätzlich immer die Möglichkeit, manuell Aufträge zu erfassen in der License Central. Das können Sie über eine Web-Oberfläche selber tun und bekommen dann diese Ticketnummer. Aber wenn Sie einen Online-Shop betreiben oder ein anderes System zum Verkauf bei sich im Haus verwenden, dann wollen Sie das natürlich nicht alles nochmal irgendwo ein zweites Mal eintippen. Dann erfassen Sie den Auftrag irgendwo in Ihrem System und gehen dann über einen sogenannten Connector an die Codemeter License Central. Der Connector bekommt die Anfrage in einem Format, was Ihr System kann, wo alle relevanten Daten drinstehen. Dann setzt der Connector das um und gibt das an die License Central so weiter, dass die License Central das versteht und einen entsprechenden Auftrag erzeugt. Und als Antwort erhalten Sie dann eben das Ticket. Das sind also die üblichen Schnittstellen auf der Verkaufsseite, die man in vielen Fällen hat oder gerne hätte. Auf der anderen Seite, bei der Abholung durch den Anwender, gibt es auch grundsätzlich die Möglichkeit, über Remote Activation mit solchen Kontextdateien von den Codemeter Lizenzen eine manuelle Abholung zu machen auf der Web-Oberfläche. Das müssen Sie aber dann selber machen, sich irgendwie die Dateien schicken lassen vom Anwender. Das ist natürlich nicht sehr komfortabel und kostet auch Zeit. Also, was macht man dort? Man baut entweder eine Aktivierung direkt in die eigene Software ein, zum Beispiel den sogenannten Activation Wizard, etwas wo Sie also beim Feststellen, dass die Lizenz nicht vorhanden ist, eine Ticketnummer abfragen und wenn dann eine eingegeben wird, die Applikation selber die Verbindung zur License Central aufbaut und die hinterlegte Lizenz dann im Hintergrund abholen kann und es kann sofort losgehen. Alternativ dazu können Sie im Browser eine Browseradresse verschicken und dort einfach die Ticketnummer eingeben. Dann landet man auf dem Web-Depot und kann dort die Lizenz aktivieren und auch verschiedene andere Optionen rund um die Lizenz, wie zum Beispiel auch eine Rückgabe durchführen. So ein Web-Depot kann man dann eben auch anpassen auf sein persönliches, vielleicht verkehrt, auf das Corporate Design der Firma, sodass es eben genauso aussieht, als ob es von Ihnen kommt im gleichen Design, wie Ihre normale Homepage aufgebaut ist. Neben diesen eigentlich zwingenden Dingen, die man tun muss, um das in seinem Prozess alles wirklich anzubieten und anzubinden, gibt es auch noch einige andere Schnittstellenmöglichkeiten, die man machen könnte. Man kann zum Beispiel eine eigene Applikation zum Verkauf sich schreiben, die man dann über Web-Services direkt anbindet. Das sind Möglichkeiten, da können unter Umständen auch Daten in einer zweiten Datenbank gespeichert werden, die etwas noch über ihre Kunden aussagen. Da gibt es viele Möglichkeiten, die wir eben auch alle im Rahmen unseres Hostings dann bedienen wollen. Dann wollen wir uns doch mal anschauen, welche Pakete, welche Editionen gibt es denn nun für die CodeMeter License Central im Hosting? Als allererstes muss man sich natürlich die Frage stellen, welche Anforderungen man an eine CodeMeter License Central hat. Grundsätzlich können wir zwischen den Paketen unterscheiden, indem wir die unterschiedlichen Anforderungen des Kunden anschauen. Prinzipiell ist dort die Anzahl der Aktivierungen, die dort pro Tag durchschnittlich gemacht werden, ausschlaggebend, um sich auf die entsprechenden Pakete festzulegen. Unter anderem gibt es aber auch noch die angepassten Services, möchte man zum Beispiel direkt auf Konnektoren zugreifen möchten oder dementsprechend die Web-Services, müssen sie freigeschaltet sein. Das können dementsprechend auch Entscheidungen sein, die zu einem anderen Paket dementsprechend dann raten. Im Anschluss jetzt sind die unterschiedlichen Versionen. Wir unterscheiden grundsätzlich, zumindest auf der linken Seite, zwischen der Desktop-Edition und der Internet-Edition, das sind die entsprechenden Pakete, die Sie auch selbst bei sich im Haus intern hosten können. Die Internet-Edition ist so gesehen auch der Grundbaustein für die Version, die wir beim WOPS, also Software as a Service anbieten. Dort fängt es klein an mit der Datacenter-Edition, danach kommt die Dedicated-Server-Edition, die High-Performance-Edition und die High-Availability-Version, das Package. Grundsätzlich, alle gehosteten Versionen bei BeBoost Systems enthalten ein Web-Depot, das ist dementsprechend die browserbasierte Abholseite der CodeMeter License Central, in der der Kunde zum Beispiel direkt sein Ticket nehmen kann und dort eine automatisierte CM-Act-Lizenz-Aktivierung macht oder direkte Programmierung auf den CM-Stick. Diese kann, wie schon von meinem Völk erwähnt, auf das Corporated Design Ihrer Firma angepasst werden. Sie haben da sehr viel Spielraum und auch die Kundenwünsche können dementsprechend mit eingebaut werden. Sie haben die Möglichkeit, die Gateways zu nutzen. Diese sind per HTTP- oder HTTPS-Schnittstelle aufrufbar und darüber können dementsprechend noch Abholungen in Ihrer Software oder auch von zum Beispiel dem Software-Activation-Wizard gemacht werden, welchen wir an der Stelle zur Verfügung stellen mit Anpassungsmöglichkeiten. Sie können aber auch die Konnektoren benutzen, um zum Beispiel Anbindungen an ein ERP-System oder Online-Shop zu haben und diesen dann praktisch als Schnittstelle zu nutzen. Dieser Konnektor ist meist über HTTPS abgesichert per Client-Zertifikat oder auch dementsprechend an Basic Authentication. Jetzt kommen wir zum ersten Paket. Das ist die Data Center Edition. Hier sprechen wir grundsätzlich von Aktivierungen, ca. 50 Stück pro Tag, was dementsprechend eine der kleinsten Maschinen ist. Hier teilen sich mehrere Softwarehersteller bzw. Kunden eine virtuelle Maschine. Diese sind dann aber dementsprechend logisch voneinander getrennt. Das heißt, es ist eine eigenständige Datenbank, auf die der Kunde nur auf seine zugreifen kann und nicht auf die anderen. Es werden eigene Instanzen der Web-Service und dementsprechend Applikations-Servers verwendet. Das heißt, es ist eine eigene Apache-Instanz, eine eigene dementsprechend Tommy-Instanz. Im Gegensatz hierzu steht dann die Dedicated-Server-Version. Hier haben wir grundlegend angepeilt von ca. 100 Aktivierungen pro Tag, die man sozusagen einfach als Nennwert hat. Diese Dedicated-Server-Version ist auf einer eigenen virtuellen Maschine aufgesetzt mit einer garantierten CPU- und Speicher-Ressource, die zur Verfügung steht. Hier haben Sie unter anderem die Möglichkeit, die Web-Services zu verwenden. Diese werden auf Anfrage Ihrerseits von uns freigeschaltet und Ihnen zur Verfügung gestellt. Sie haben hier dementsprechend direkten Zugriff von außen auf die License Central, was durchgereicht wird, um diese Web-Services direkt ansprechen zu können. Die Absicherung hierüber überfolgt dann durch ein von uns ausgestelltes Client-Zertifikat, was auf Ihre Firma dementsprechend gebunden ist, was dann von Ihren Mitarbeitern oder Ihnen selbst verwendet wird. Beispielsweise wäre hier dementsprechend die Anwendung einer Verkaufsapplikation oder Webshop. Zusätzlich natürlich auch noch die Möglichkeit von generell einer Anbindung von der Kundenverwaltungssysteme oder von beispielsweise uns realisierten Projekten. Und nun kommen wir noch zu den weiteren Paketen der High-Performance-Enterment der Herr Vöcker. Ja, die Data Center Edition und die Dedicated Edition, das sind eigentlich bekannte Systeme, die wir schon seit mehreren Jahren so anbieten. Neu in 2015 dazugekommen ist jetzt die High-Performance-Edition, ausgelegt auf bis zu 1000 Aktivierungen pro Tag. Das ist im Wesentlichen vergleichbar mit der Dedicated Server Edition, wobei wir hier noch einen eigenen FSB-Server mit einer eigenen FSB dabei haben. Das heißt, Sie stehen jetzt vollkommen mit Ihren Ressourcen separat da. Sie haben also Ihren eigenen Server mit garantierter CPU und RAM und Sie haben auch Ihre eigene FSB, die an einem eigenen FSB-Server steckt, sodass Sie also keinerlei Auswirkungen davon haben, ob andere Kunden in unserem Hosting derzeit viel Aktivierung durchführen oder dort ein gewisser Traffic herrscht. Damit können wir also hier bei der High-Performance-Edition wirklich sicherstellen, dass Sie Ihre Lizenzen in großer Stückzahl und trotzdem noch in guter Zeit unter die Leute bringen können. Das nächste Paket nennen wir High-Availability-Package. Das besteht aus zwei High-Performance-Editionen und hat dementsprechend schon mal einen Mengengerüst von ca. 2000 Aktivierungen pro Tag, die es bewältigen kann. Durch die zwei High-Performance-Editionen haben Sie eben zwei komplette Linien. Das heißt, wir haben neben der License Central in zweifacher Ausführung auch zwei FSB-Server mit jeweils einer FSB und unten drunter dann eine Datenbank als Datenbank-Cluster. Dazu gibt es einen Load-Balancing-Mechanismus, der die eingehenden Anfragen verteilt und auch dafür sorgt, dass wenn an irgendeiner Stelle eine Komponente temporär mal nicht verfügbar ist, diese auf die andere umgeleitet werden, sodass man eben eine hohe Verfügbarkeit hat und zum Beispiel bei den Updates von Betriebssystemen nicht das System abschalten muss, sondern das andere für diese Zeit die Aufgaben mit übernimmt. Das war der Überblick über diese vier Pakete, die wir derzeit anbieten. Jetzt, wenn man das Ganze auslagert, Sie stehen ja immer vor der Entscheidung, das bei sich selber zu machen. Das kann ja auch nicht so schwierig sein, so eine License Central bei sich selber aufzustellen. Das kann unser Admin doch schon noch nebenbei hinkriegen. Die Frage ist, wie sind die Sicherheitsanforderungen und was muss man da beachten und was tun wir bei uns im Hosting dafür, dass diese Sicherheitsanforderungen eben auch eingehalten werden und ein möglichst guter Schutz für Ihren Daten, für den Betrieb Ihres Servers bei uns gelten. Also, schauen wir mal nach den Sicherheitsanforderungen. Bei der Infrastruktur haben wir das Ganze aufgeteilt in verschiedene Zonen, die über Firewall-Regeln voneinander getrennt sind. Wir haben also zunächst quasi im Eingangsbereich den Reverse Proxy und die Abholseiten, also Webdepot und auch die Gateways, die dort liegen und in diesem Bereich werden entweder durch den Reverse Proxy die Authentifizierungen geprüft und dann weitergeleitet auf die einzelnen License Central Server oder bei den Abholseiten eben entsprechende Prüfungen gemacht, ob das Ticket gültig ist, ob das Format richtig ist, was man dort an Input eben liefert und wenn dem so ist, dass das alles gültig ist, dann von dort aus die Web-Services auf den einzelnen License Centrals angesprochen. In dem License Central Server Bereich kommt man dann eben nur über den definierten Zugriff von der Weiterleitung, vom Reverse Proxy oder eben über die Web-Services und in einem Bereich noch dahinter befinden sich dann die Datenbank-Server, die für die License Central Server die Daten zur Verfügung stellen und dort ist eben auch nur der Port offen, den man braucht, um den Datenbankverkehr hier durchzuführen. Nochmal separat dazu sind die FSB-Server untergebracht, in denen also dort die FSBs für die verschiedenen License Centrals bereitgestellt werden und eben der Zugriff auch dann nur von den License Central Servern selber direkt dorthin möglich ist und zum Beispiel nicht von außen oder auch von der ersten Ebene Reverse Proxy und entsprechenden Abholseiten. Die Absicherung der Daten erfolgt durch getrennte Datenbanken, hat Herr Züchner eben schon im Ansatz erwähnt, dass wir also unterschiedliche Datenbanken mit unterschiedlichen Accounts haben. Hierfür, das ist klar, jeder soll seine eigenen Daten haben, die werden entsprechend dann auch einzeln gesichert und man kann also auch jederzeit quasi seine eigene Datenbank bekommen, weil das grundsätzlich getrennt gehalten wird und nicht in einem zentralen System verwoben ist. Die Zugänge, die Sie als Softwarehersteller benutzen, sind allesamt abgesichert. Die Kundenzugänge, die also von Ihren Kunden benutzt werden, die müssen natürlich offen sein zur Aktivierung, aber alles, was Sie nur aus Ihrer Firma heraus tun, können wir entsprechend absichern. Die Weboberfläche, mit der Sie Artikel konfigurieren, mit der Sie Einstellungen vornehmen, in der Sie sehen können, wann welche Lizenzen von wem bzw. in welche Seriennummern aktiviert wurden, dies alles ist nur erreichbar über HTTPS. Hier erfolgt die Autorisierung durch Client-Zertifikate, also Sie bekommen da von uns beim Beginn des Hostings Client-Zertifikate zugeschickt oder genauer gesagt ein Client-Zertifikat für den Inhouse-Betrieb bei Ihnen und das installiert man dann auf den Rechnern, auf denen Mitarbeiter arbeiten, die einen Zugang auf diese Weboberfläche benötigen. Nachdem man, wenn man dieses Zertifikat hat, dann schafft man es durch die erste Hürde an dem Reverse-Proxy und wird dann weitergeleitet auf die Leist-Central, wo man dann erstmal sein persönliches Login noch eingeben muss. Das ersetzt also hier diese Client-Zertifikate, ersetzen nicht das Login auf der Weboberfläche, sondern ergänzen es, um einfach zu vermeiden, dass irgendjemand von außen versuchen kann, möglichst viele Passworte auszuprobieren oder Ähnliches zu tun. Gleichermaßen verfahren wir für die Web-Services, wenn Sie also eine eigene Applikation vielleicht bauen, für Ihre Sales-Mitarbeiter, damit die genau in Ihrer Sprache ihre Pakete und Produkte beauftragen können und das dann von dieser Applikation umgesetzt wird. Dann benutzen diese Applikationen zum Beispiel unsere Web-Services direkt und auch hier wird eine Absicherung mit den Client-Zertifikaten über HTTPS präferiert. Das ist einfach eine sichere Geschichte. Dieses Client-Zertifikat kann man dann eben in seine Applikationen einbetten oder auch konfigurierbar daneben legen, je nachdem, wie man das im Rahmen des Rollouts seine eigenen Applikationen dort halten möchte. Aber grundsätzlich auch nur eine Applikation, die für die eigenen Mitarbeiter gedacht ist. Genauso sieht es aus bei den PHP-Konnektoren, also die Schnittstelle, die üblicherweise von Online-Verkaufsportalen oder von CRM-Systemen angesprochen wird. Diese sollten auch möglichst mit Client-Zertifikaten arbeiten. Aber in der Praxis sieht das oft dann anders aus. Dann können die Online-Shops keine Client-Zertifikate dort hinterlegen. Irgendwo gibt es dann technische Einschränkungen. Dann haben wir natürlich noch ein paar Fallback-Mechanismen. Dann kann man alternativ dazu die Basic-Authentication einsetzen. Oder wenn auch das nicht möglich sein sollte, haben wir immerhin noch die Möglichkeit, auf die IP-Adresse zu prüfen, von der diese Anfrage gekommen ist. Und eben nur das reinzulassen, damit nicht irgendjemand, der mitschneidet, was man oder sich ausdenkt, was man wohl da hinschicken muss, dann plötzlich Produkte verkaufen kann, ohne dass er dafür bezahlt hat. Also diese Absicherung für die Web-Oberfläche, die kriegen Sie automatisch von uns. Für die Web-Services passiert das dann alles nach Absprache und nach Testphase in aller Regel. Je nachdem, was Sie dann eben dort an der Stelle anbinden wollen. Also das sind die Sachen, die wir wirklich Zugangsschutz tun, damit eben nicht jeder einfach da irgendwo zugreifen kann. Das ganze System oder unsere Systeme prinzipiell werden überwacht durch ein Sicherheitsmonitoring. Das heißt, wir prüfen regelmäßig, ob in den Log-Dateien irgendwelche Muster drin sind von irgendwelchen Quelladressen, die keine ernsthaften Zugriffe machen, sondern die irgendetwas versuchen auszuspähen, irgendwelche Sachen automatisiert versuchen durchzuführen. Und in solchen Fällen blockieren wir auch eben solche auffälligen Adressen. Das heißt also nicht, dass Sie nicht von einer Adresse viele Tickets erzeugen oder auch abholen können. Das sind ja ernsthafte Zugriffe, aber wenn eben von Hosts Zugriffe gemacht werden, die einfach ins Leere laufen und keinen Sinn ergeben, dann greifen wir da auch zu entsprechenden Maßnahmen, um die Betriebssicherheit hier zu gewährleisten. Für den Fall der Fälle benötigt man dann doch mal ein Backup, dass man einfach die Möglichkeit hat, auf den Daten weiter aufzusetzen. Wenn es jetzt zu irgendeinem wirklichen großen Fehler kommen sollte, prinzipiell laufen die Systeme so schon auf entsprechenden RAID-Systemen. Das wird alles gespiegelt, ist mehrfach vorhanden, was an Daten dort ist. Nichtsdestotrotz sollte man ein Backup vorhalten, also wird das täglich automatisch durchgeführt, wird auch geprüft, ob das ordentlich und frisch erstellt wurde. Weiterhin wird das wöchentliche Vollbackup an einem anderen Ort aufbewahrt, um für den Fall der Fälle, dass doch in irgendeiner Form das Rechenzentrum so zerstört würde, dass man an die Daten nicht mehr drankommt, man eben auch da noch nicht bei Null anfangen muss. Nun kommen wir zum Thema des Rechenzentrums beim WOPS-Hosting. Der derzeitige Standort der TechniData-Gruppe ist hier in möglichen Nähe über Stuttgart in Deutschland. Das grundsätzliche Gebäude ist mit vier Brandabschnitten jeweils dann separiert in den einzelnen Suiten für die Server. Sie werden mit einzelnen Stromkreisen versorgt, sowohl die Klimatisierung oder Brandschutz sind halt dementsprechende Abschnitte geteilt und getrennt. Das Rechenzentrum besitzt eine eigene Strafstation, damit für mehrere Stunden auch noch die Notstromversorgung der Server und der Klimatisierung zur Verfügung steht. Dies bietet die Möglichkeit, die Server sicher herunterzufahren, damit kein Datenverlust entstehen kann. Der WAND-Alarm ist hier auch auf die Feuerwehr gestaltet. Das heißt, wenn ein solcher Alarm ausgelöst werden würde, würden umgehend die Sicherheitskräfte anrücken, um das Feuer dementsprechend zu bekämpfen. Das Rechenzentrum ist mit einer ausfallsicheren Warnanbindung ans Internet angebunden. Das heißt, falls es mal Komplikationen auf einer Internetleitung geben sollte, gibt es immer noch die Möglichkeit, auf einen Fallback zurückzugreifen, um so einfach noch die Kommunikation zwischen Server und beispielsweise Kunden zu gewährleisten. Nun kommen wir zum eigentlichen Leistungsumfang. Grundsätzlich, was wir an Hardware und Infrastruktur bereitstellen, sind dementsprechend die Rechner mit ihren Ressourcen pro virtuelle Maschine. Hier gibt es dann auch wieder eine Abtrennung oder Absicherung der einzelnen Bereiche, wie auch vorhin aufgeführt bei unserem Hausdien hier derzeit hausintern. Das heißt, die Datenbank wird nie direkt im Internet stehen und ist abgetrennt in einem Bereich und kann nur von License Central benutzt und beschrieben werden, beziehungsweise vielleicht noch von anderen separaten Systemen, die von uns mit aufgesetzt werden. Hier ist dementsprechend auch wieder ein mehrstuhliges Konzept entwickelt worden, um die Daten bestmöglich abzusichern gegen Fremdeingriff oder Zugriff. Die Bereitstellungen der FSB sind im Rechenzentrum direkt. Wir haben dort eine Vereinbarung mit dem Betreiber, der es uns ermöglicht, einen FSB-Server samt FSB mit hineinzunehmen und dementsprechend auch zu verwenden. Das lassen derzeit nicht viele Rechtszentrumsbetreiber so als Fremdhardware dementsprechend zu. Somit haben wir dementsprechend auch, falls es nötig ist oder auch der Rechenzentrumsbetreiber einen physikalischen Zugriff auf die FSB an sich. Sie ist dementsprechend vor Ort und enthält auch direkt den Private Key des Softwareherstellers. Die Systemwartung an sich gestaltet sich wie folgt. Grundsätzlich werden die automatisierten Sicherheitsupdates der Betriebssysteme automatisiert per Mechanismen eingespielt. Hier werden auch dementsprechend nach Absprache mit dem Softwarehersteller Funktionstests zuvor gemacht, um dann zum Beispiel vom Web-Server ein Update zu machen oder eine entsprechende neue Version einzuspielen. Das gleiche trifft auch dementsprechend auf Applikations-Server oder Datenbank-Server zu. Hier ist immer dieses proaktive Miteinander mit dem Softwarehersteller bzw. dem Kunden natürlich das große Thema, damit hier ein reibungsloser Prozess überhaupt möglich ist. In Hinsicht dann natürlich auch auf der CodeMeter License Central werden unter anderem neue Versionen oder dementsprechend neue Patches, beispielsweise die neueste Version 2.10.berta, nur eine Absprache und natürlich die Planung des Softwareherstellers, dementsprechend auf der CodeMeter License Central eingespielt. Hier haben Sie auch wieder den Vorteil, dass das ganze Einspielen, Updaten direkt von uns übernommen wird. Das heißt, auf Sie kommt beim Hosting zumindest keine direkte Arbeit oder generelle Problembehandlung, falls etwas passieren sollte, auf Sie zu. Das machen wir dementsprechend. Sie haben hier direkt dann die Möglichkeit, das Ganze durch uns dementsprechend zu regeln lassen. Bei Sofortanfragen ist natürlich auch immer direkte Hilfe möglich. Das WOPS-Team ist als fachkundiges Mitarbeiter-Team sozusagen direkt für die VivoRating-Services zur Verfügung. Sie können uns hier dementsprechend auch über eine gesonderte E-Mail-Adresse erreichen, wobs.webo.com bzw.de und es werden auch dementsprechend von Vivo-Operating-Service-Team-Mitarbeitern ein direkter Zugriff auf die CodeMeter License Central ermöglicht, damit hier dementsprechend proaktiv daran gearbeitet werden kann, falls der Kunde ein Problem melden sollte. Das Monitoring, also die generelle Überwachung der virtuellen Maschinen und der CodeMeter License Central ergibt sich wie folgt. Einerseits werden verschiedene Komponenten gemonitort, das heißt die virtuelle Maschine an sich, ob sie erreichbar ist, zum Beispiel per Heartbeat, Ping etc. wird einerseits überwacht, aber auch auf Applikations-Server bzw. Web-Server-Seite ist die Apache-Seite, die ausgeliefert wird von der CodeMeter License Central, überhaupt noch erreichbar. Reagiert der Tommy auf seine dementsprechende Kommunikation, also der Applikations-Server, falls es hier dementsprechende Ausfälle geben sollte, wird dementsprechend eine Alarmierung an einen VivoR-Mitarbeiter ausgelöst, um hier dann zeitnah sich um das Problem kümmern zu können. Unter anderem wird auch der FSB-Zählerstand automatisiert überprüft. Hier geht es um die Nutzungseinheiten der dementsprechenden Firmencodes beispielsweise von Kunden. Das heißt, hier ist eine tägliche Überprüfung des Kontingents, das vorher festgelegt worden ist. Wenn dieser Zählerstand unterschritten wird, wird automatisiert eine Benachrichtigung per E-Mail rausgeschickt, falls der Kunde das dann wünscht. Und dementsprechend kann man dann halt auch aktiv aufeinander zugehen und einen möglichen Ausfall durch leere Nutzungseinheiten auf einer FSB dementsprechend abzuwenden oder dem wieder hochzusetzen. Als nächstes kommen die unterschiedlichen Service-Level und dabei gebe ich wieder an Herrn Vöcker. Ja, wenn man das also bei uns nun im Hosting hier betreibt, anstatt das selber zu Hause zu machen, dann ist natürlich die Frage, was bieten wir an, welche Verfügbarkeiten, welche Betriebszeiten haben wir hier. Der Betrieb der Server läuft natürlich rund um die Uhr, siebenmal 24 Stunden. Wir haben ein Wartungsfenster, dienstags morgens von 8 bis 9, was wir allerdings nur selten ausschöpfen müssen. Wir haben hier auch, wenn dann nur kurzzeitige Unterbrechungen, aber das ermöglicht es uns einfach, Services wie zum Beispiel einen Applikationsserver einmal durchzubuten, wenn das aufgrund zum Beispiel von Updates notwendig ist, um dann eben kleinere Wartungsarbeiten durchzuführen. Aber in aller Regel haben wir, wenn dann nur, kurze Unterbrechungen in einige wenige Minuten und das eben auch nicht jede Woche, aber hier haben wir eben ein Fenster, wo wir das einfach tun können. Dazu kommt, dass das Rechenzentrum Wartungstermine hat für seine Infrastruktur. Das passiert maximal sechsmal pro Jahr, auch nur in Randzeiten, also am Wochenende nachts in aller Regel. Das wird vorher rechtzeitig angekündigt. Da muss man auch immer sehen, ob es unseren Bereich wirklich betrifft. Wenn das der Fall ist, dann informieren wir Sie rechtzeitig, dass für eine gewisse Zeit die Services eingeschränkt oder auch unter Umständen gar nicht vorhanden sind und betreuen das eben von hier aus. Auch, um das danach wieder betriebsbereit zur Verfügung zu haben. Auf der Systemebene haben wir dann eine Verfügbarkeitsgarantie von 99,5 bis 99,9 Prozent, je nach Edition oder Paket. Wenn dort irgendetwas nicht tut, werden wir automatisch alarmiert durch das Überwachungssystem und greifen dann eben entsprechend ein. Manche Sachen passieren vollautomatisch, andere werden eben dann von Mitarbeitern durchgeführt. Auf der Anwendungsebene kümmern wir uns im Rahmen der Reaktionszeiten, die in den WIBU-Systems-Support-Verträgen enthalten sind, um Ihre Anfragen, um eventuell auftretende Probleme. Das heißt, wenn hier eine Anfrage kommt und ein Anwender kann seine Lizenz nicht aktivieren, er bekommt diese und jene Fehlermeldung, was ist da los, dann beantworten wir das eben im Rahmen des Support-Levels, was Sie bei uns gekauft haben. Wenn Sie also einen Silber- oder einen Goldvertrag haben, dann haben Sie je nach Fehlerklasse Reaktionszeiten zwischen einer und acht Stunden, bis wir Ihnen dort fundiert auf jeden Fall weiterhelfen und den Anwender wieder zufriedenstellen. Sollte das System ausfallen, sind wir sofort Gewehr bei Fuß. Das passiert auf anderer Ebene, aber auf der Anwendungsebene kommt es dann eben darauf an, was dort auch untersucht werden muss. Es mag zum Beispiel auch sein, dass durch die Konfiguration im Artikel sich dieser jetzt nicht abholen lässt, aufgrund der Historie, was dieser Kunde schon in seinem Container drin hat. All solche Dinge werden dann eben auch im Rahmen dieser Anfragen mit behandelt. So, jetzt haben wir uns also diese verschiedenen Versionen mit ihrem Leistungsumfang angeschaut. Hier haben wir nochmal eine Übersicht. In der Data Center Edition, der kostengünstigen Einsteiger-Variante, haben wir eben bis zu 50 Aktivierungen pro Tag angesetzt, bis wohin das eben als ausreichend anzusehen ist und Sie dann eben vollen Service haben. Sie haben dann eine Linie und eine Systemverfügbarkeit von 99,5%. Bei der Dedicated Server Edition sind Sie alleine auf dem System, dementsprechend haben Sie garantiert CPU und Speicher. Wir können dann auch die Anzahl der Transaktionen erhöhen, die wir garantieren, dass wir also hier bei ungefähr 100 pro Tag richtig performant weiterhin arbeiten können. Bei der Dedicated Server Edition kam ja noch hinzu, dass Sie auch dort entweder angepasste Applikationen, die zum Beispiel durch unser Professional Service Team erstellt wurden, verwenden können oder eben auch direkten Zugriff auf die Web-Services haben. Hier gilt auch die Systemverfügbarkeit von 99,5%. Und im nächsten Paket, in der High-Performance Edition, da haben wir eben bis zu 1000 Transaktionen pro Tag, weiterhin eine Linie, aber eben diese eigene FSB an einem eigenen FSB-Server, sodass also dort kein Flaschenhals oder keine Teilung der Ressourcen mit anderen Softwareherstellern notwendig ist. Auch hier noch die Systemverfügbarkeit von 99,5%. In der Königsklasse haben wir dann das High-Availability-Package bis 2000 Aktivierungen am Tag, wo wir komplett zwei parallele Linien fahren mit entsprechendem Load-Balancing und dann eben auch die Systemverfügbarkeit noch höher haben mit 99,9%, weil eben im Fall der Fälle das andere System übernimmt und die Funktionalität weiterhin zur Verfügung stehen wird. Das war unsere Übersicht über die Version, die wir hier beim Vivo Operating System Service bereitstellen mit den verschiedenen Editionen. Ich denke, es ist für jeden was dabei. Für jeden, aufgrund der Anforderungen eines einzelnen Kunden können Sie jetzt also sagen, welche Edition für Sie die richtige ist. Wir bieten Ihnen das an, dass wir hier mit unserem Fachwissen das Hosting übernehmen. Das ist eben ein Unterschied gegenüber dem Hosting, wenn Sie irgendwo einfach ein bisschen Webspace sich mieten. Sie haben gesehen, dass wir also nicht nur auf der Systemebene das System betreuen, sondern eben auch auf der Anwendungsebene uns komplett rund um das System kümmern. Sie können sich also um das kümmern, was Ihr Business ist. Entwickeln Sie Software, entwickeln Sie Lösungen, verkaufen Sie diese. Wir kümmern uns darum, dass diese Lizenzen eben gut zu Ihren Kunden ausgerollt werden. Das war unsere Übersicht. Und unser Webinar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit an dieser Stelle. Jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, wo Sie Ihre Fragen uns stellen könnten. So, und hier sind auch schon erste Fragen gekommen. Wie zeitnah erfolgt das Monitoring, ist also hier die Frage. Das Monitoring auf die Verfügbarkeit läuft ständig. Das heißt, es wird im Normalfall alle fünf Minuten geprüft, ob der einzelne Dienst noch da ist. Und das sind ja verschiedene Dienste, die dann eben parallel geprüft werden. Also zum Beispiel wird auf einer License Central Dedicated Server geprüft, ob der Web-Server da ist, ob der Application Server tut, ob das System an sich da ist. Und diese Sachen sind dann eben ein bisschen versetzt. Und sobald es dort irgendwann mal zu langen Antwortzeiten kommt, wird die Prüfung auf einen Minutentakt umgestellt. Und wenn dann dreimal hintereinander das nicht richtig funktioniert, dann werden wir sofort alarmiert und sind dann dran. Das heißt, im Zeitraum von weniger als zehn Minuten befindet sich das Ganze auf dem Tisch des Mitarbeiters. Gut, hier haben wir noch eine weitere Frage. Ist denn ein direkter Zugriff auf die VM bei einem Dedicated Server möglich? Herzlichen Dank. Grundsätzlich wird auf die CodeMedia License Central beim Hosting kein direkter Zugriff auf die Maschine gewährt, zumindest aus Kundensicht oder Softwareherstellersicht. Hier hat dementsprechend der WOPS-Mitarbeiter einen Zugang per Shell-Ebene und kann dementsprechend das System warten und updaten, falls notwendig. Auf Sicherheitsgründen ist auch hier von außen dementsprechend die Maschine komplett abgeschottet, damit da kein Fremdzugriff passieren kann. Grundsätzlich arbeiten auch die Mitarbeiter mit einem eingeschränkten Zugriff. Das heißt, hier werden nur für spezielle Sachen dann dementsprechend Sudorechte vergeben, um zum Beispiel einen Dienst neu zu starten, damit hier auch dementsprechend die Übersichtlichkeit, was genau auf der Maschine passiert, abgegrenzt werden kann. Das ist natürlich dann bei gehosteten Systemen gegeben. Wenn Sie dementsprechend die CodeMedia License Central selbst hosten, müssen Sie dementsprechend selbst für diese Sicherheitsüberprüfung sorgen und auch dementsprechend über die rechte Vergabe auf der Systemebene an sich. Gut, noch eine weitere Frage mit dem Sicherheitsmonitoring. Das ist etwas, was wir im Prinzip über die Eingangsprüfung an dem Reverse-Proxy erledigen. Dort wird durch ein Werkzeug ausgewertet, was für Zugriffe hier passieren. Und diese Auswertung wird dann entsprechend vom Mitarbeiter beurteilt. Das heißt, wenn dort etwas passiert an den Log-Files, wenn wir dort eben über eine gewisse Zeitspanne dann etwas bemerken, dann wird das von der Applikation an den Mitarbeiter gemeldet, sodass wir dann manuell reagieren. Da sitzen also keine Vollautomatismen derzeit dahinter, die irgendwas automatisch wegblocken. Das wird im Moment noch von Hand zwischenkontrolliert, bevor es dort losgeht. Eine weitere Frage kommt rein. Der FSB-Zugriff in der Datacenter-Version. Wo befindet sich dann die FSB? Es ist so, dass wir bei uns im Hosting hier im Rechenzentrum die FSBs vorhalten, die Sie brauchen zur Lizenzerzeugung. Wenn Sie das Hosting bei uns machen, dann ist dieser Zugriff auf diese FSB nur durch die License Central selber möglich. Sie brauchen dann aber natürlich für sich zum Beispiel zum Verschlüsseln einer Applikation mit dem AX-Projektor ebenfalls eine FSB. Diese FSB können Sie dann bei sich bereitstellen. Sie könnten dort eine reine sogenannte Encryption-Only-FSB sich bei uns bestellen. Das heißt, dass Sie damit gar keine Lizenzen erzeugen können, keine Dongles- oder CMX-Lizenzen programmieren können, sondern nur das Ganze für Verschlüsselung verwenden. So sieht das zum Beispiel aus in unseren Startup-Paketen, die wir anbieten für neue Kunden, dass dann eben die Lizenzerzeugung komplett über die License Central gemacht wird und der Softwarehersteller gar nicht die technische Möglichkeit hat, selber Lizenzen zu programmieren. Das geht alles über die License Central. Und mit seiner Encryption-Only-FSB kann er dann eben mit dem AX-Protektor zum Beispiel die Verschlüsselung durchführen. Gut, im Moment keine weiteren Fragen. Gut, dann wären wir mit den Fragen, glaube ich, auch soweit durch. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, zögern Sie nicht. Schreiben Sie uns, sprechen Sie unseren Vertriebsmitarbeiter an, der für Sie zuständig ist, der das entsprechend auch weiterleitet. Oder schreiben Sie uns direkt an wobs.wibu.com. Kein Problem, dann kriegen wir weitere technische Fragen auch jederzeit geklärt. Dann möchten wir uns bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben an diesem doch sehr stürmischen Tag. Und würden uns freuen, wenn wir auch Sie bald in unserem Hosting begrüßen dürften. Ich denke, wir haben gezeigt, dass es allerhand Zusatznutzen für Sie hat, wenn Sie das Hosting an uns abgeben, anstatt sich selber dort sehr tief einzuarbeiten, weil hier einfach die Fachleute die Wartung und Betreuung des Komplettsystems übernehmen können. Wir wünschen Ihnen einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen. Von mir ein herzliches Dankeschön und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Von mir ein herzliches Dankeschön und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.